Yo Leute, was geht ab? Thomas am Start. Heute mit einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich spiele heute mit Sam. Hi Sam, was geht ab bei dir? Wir machen heute ein 1 gegen 1 gegeneinander. Er wird nicht Ehops nehmen, aber egal. Ich würde sagen, wir starten damit und let's go. Wie gesagt, wir machen jetzt ein 1 gegen 1 und let's go. Und danach gehen wir auf dem Video. Ja, danach produzieren wir so ein Video. Wir machen Pump, Ska, MP. Okay? Ja, ja. Ich muss nochmal kurz in meinen Clown gucken. Okay, alles okay. Digger, ich weiß nicht, ob ich den Clown verlassen soll. Das ist einer der herzlichsten Clowns. Clowns. Oh, komm. Oh, komm. Oh, bist du? Hier hinten. Ach so. Sag, was ich dann? Ich würde sagen... Was? Drei. Zwei. Aber ich hab auch keine MP. Oh, du... Okay, lieber Leute. Also, das sieht wohl geil aus. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, ich hab gerade eine Pyramide. Nein. Pyramide, hey! Ich verstehe jetzt meine Pyramide. Drei. Zwei. Eins. Go! Okay, wir starten jetzt. Wie gesagt. Oh Gott, so gefehlt. Wieder runtergefallen, hey. Ich hab auch gefehlt bei 90. So verkackt, Alter. Den Trick kann ich jetzt also auch nicht mehr. Ja. Och, ey. Na, er hat doch schon gewonnen, ey. Mann. Ohne Hilfe. Hörjof. Ja, du bist auch ohne Schäden. Ich hab sogar mit wen hier leben. Ja, du sollst nicht, mein Freundchen. Wie viel ihm hast du? Ich sag auch. Na, monatig. Wie viel hast du? 76. Witzig. Ohne Gun, ne? Ja, ja. Ja, Ayos. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr Bock auf so welche Videos habt. Oh, du bist Wotshot, ich aber auch. Wie viel Leben? 20, du? Zwei. Wie viel? Zwei. Scheiße. Das wäre für den anderen halt peinlich. Ich habe ja auch einen Kleiner. Ne? Ich habe Kiko tun ihn vielleicht zusammen. Oh Gott! Wie viel Kiko, äh, wie viel, wann, äh, wie heißt ein Klam? Ähm, Atlantis, nicht Atlantis. Bei Tis, Tess halt. Atlantis hast du auch mal geschrieben. Ja, habe ich schon vorher gemacht, bevor ich den Kleinen... Wie viel Zuschauer hast du? Ich, äh, ich streame ja nicht. Ich mache ein Video. Das wird dann wahrscheinlich schon in ein, zwei Tagen kommen. Mal schauen, wasser ich mal wieder abkaut. Das wird dann. Bis zum nächsten Mal. Das wird dann auch schon wieder anるm Annual. Bis zum nächsten Mal. Haha Ich kann nicht eins gehen, wenn sie auch zu f***ing langer Was ist der Fall, Junge? Kill Okay. Ich habe das hier. Nein! Alter! Hit! Ich bin aber trotzdem viel lower als du. Du hast, ähm, noch dreimal so viel leben wie ich. Trotz, du wirst da noch. Oh, da bist du. Oh, Scheiße. Ich bin besser geworden, ne? Ja. Die beiden sind halt low. Das ist das Problem. Deswegen geht niemand wirklich drauf, ne? Jeder Fehler führt zum Tod. Oder? Ja. 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 Nein! Alter, Junge, dieser Pfeil. Wie lange er einfach dauert. Alter. Bruder, das war einer der längsten... Ja, das ist halt wirklich scheiß Fieber. Das ist ein langes Fetter. Dieser Fetter war Kumpel. Ja. Okay, du wirst mich zu eh noch einholen, aber eins nicht für mich. So viel, aber es für mich nicht mehr. Du wirst mich so hart noch einholen auf jeden. Ja. Du hast das einfach nur noch lächerlich, das Geld. Wo bist du denn? Komm runter. Ich muss mal kurz hier gehen. Best of free machen wir jetzt. Hey, lass. Haha, das war. Ich will euch gar mehr beendet. Okay, warte mal. Ich komme schon mal. Warte mal, ich muss kurz 91 gehen. Ja, ich baue dich hier ab. Ja, ich baue dich hier ab. Okay, gut. Ich baue dich hier ab. 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 Aber es war halt so ein bisschen lucky, ne? So für beide. Hättest du gewonnen, wärst auch ein bisschen lucky so. Weißt du? 3, 2, 1, go. Guck mal, warum ich hier stehe. Ich bin genau in dem Moment, wo bin ich gesprungen. Ich habe nur 185 Leben. Ich bin nur. Mann, nee. Einmal runterfallen ich hier auf. Ist doch so klar, dass du es machst? Ich wusste. Lugo, du schießt mich runter. Ah, das ist noch kassiert. Okay, eins, eins. Jeder braucht noch zwei Kills. Du hast einen Kills, lüg' noch nicht. Ja, ich sag' dir, jeder braucht noch zwei Kills. Ich hab' wieder noch einen Kills. Wohin war deine Scheiße hier drin? Ah, zwei, eins, go. Ich bin sogar nicht der Wettel, weil sonst wäre dein Video im Arsch gelesen. Komm, 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 ich krieg den! Oh, komm, komm! Ach, glücklicher Marsch, ey. Bruder, 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 Bruder. Du bist auch Hornshot. Wie viel Leben? Ich sag dir auch, wie viel. 36, du? 10. Dicker! Nein, ich hab gebaut. Okay, 2, 1 für dich. Ach, guter 1. Dann hab ich gewonnen. Okay, Leute. Wenn es euch gefällt so welche Videos, lasst jetzt schon mal ein Like da und kommentiert. Na klar. Wollt ihr nicht vergessen, Leute. Das ist ganz wichtig. Und ja. Support ist kein Wort. Ist so, Leute. Und wenn ihr neu seid, würde mich auch über ein Abo freuen. Macht hauptsächlich live streaming. Aber jetzt mach ich auch öfters Videos. Habe ich auch den Spaß. Also Spaß. Als Duo, ich wette, wir werden sogar alle Rounds verschwinden. Also Leute. Könnt euch doch auf einen Stern. Ich glaube, zusammen werden zwei Videos in einer, in dieser Woche, also in der nächsten Woche. Also wo wir beide Duo Rounds machen. Okay, Leute. Okay, Leute. Das war's, würde ich sagen. Mit dem Video. Tschüss. 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 Es ist hier, danke.